Geheimdienstinformationen besagen, dass eine Reihe von Terrorakten in Planung ist. Keiner soll ahnen, was unser wahres Ziel ist. So soll es geschehen, mein Anführer. Wenn Sie die Freilassung der Geiseln erreichen... Keine Bewegung! ...haben doch alle etwas davon. Sie... ...und wir. Informationsquelle CIA. ...bereitet einen Anschlag auf das Gipfeltraffen vor. Rom ist in Gefahr. Haben Sie verstanden? Rom! Miss, reden Sie doch mit mir. Ich habe wichtige Informationen für Sie. Wer ist das? Welche Hubschrauber? Sie sollten ihn herbringen. Und wo ist der Kampf? Sie müssen den Major töten. Ich will kein Risiko eingehen. Geplant von Terroristengruppe Ansar Alain. Sie haben eine so hübsche kleine Tochter. Wenn dich jemand bezahlt, um mich zu töten, mach's nicht so billig. Ich hab dich nicht vergessen, Prinzessin. Hast du was Bestimmtes im Sinn? Ich lande unglaublich schnell. Oma, möchtest du immer noch, dass ich dir beibringe, wie man tanzt? Ziele, Moskau, Rom. Der Mann, der Sie als Geisel genommen hat, der ist beim FSB. Sie müssen alleine weitergehen. Michael, ich bleibe bei meinem Nein. Nehmen Sie die mit nach Moskau und geben Sie sie beim FSB ab. Das verstehen Sie nicht. Wer ist dieser Offizier? Was wollte er Ihnen erzählen? Eine Bande Terroristen hat den Zirkus in Moskau eingenommen. Ausgang ungewiss. Ja, hier ist General Karpov. Hören Sie aufmerksam zu und unterbrechen Sie mich nicht. Wenn uns jemand angreift, sprengen wir den ganzen Zirkus in die Luft. Es sind 2000 Menschen da drin. Und wenn er sie wieder auseinander nimmt? Und die Hälfte Kinder. Dann, endlich, gehörst du zu uns, Oma. Das ist Ihre große Stunde, Journalistin. Ihr werdet hier niemals lebend rauskommen. Die Russen haben gar keine andere Option. Sie müssen das Flugzeug abschießen. Die Russen haben die